Ein wunderschönes Hallo und Willkommen zu den Goldspielen für Anfang Februar für die Xbox One, für die Xbox 360. Diesmal wieder zuerst auf die Xbox One mit Shadow Warriors. Auf 360 ist Split Second oder irgend so was, äh ein Rennspiel. Ähm, leider diesmal wieder ein bisschen spät, jetzt haben wir am 12. und 13. werden die Videos sein. Äh, Monster Hunter frisst einfach viel zu viel Zeit. Echt krank das Game. Ähm, jetzt fangen wir aber sofort an. Mit diesem Ninja Spiel oder Samurai, keine Ahnung an. Ähm, ja, irre. Nein, wir dem einfach. Ähm... Oh, want a Samuang? Ähm, what the fuck? Ähm, what the fuck? Cowabunga... Was soll das? Hä? Ich könnte jetzt benehmige Taste drücken, aber... Ich will's mal durchlaufen lassen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? was zur hölle ist das ist das überhaupt normal ich hab spiel angedrückt und da kommt so ein kram das erinnert mich irgendwie an duke nuklemm irgendwie samurai mit der gatling was ist denn das was zur hölle ist das eine kranke scheiße kann ich doch nicht mal steuern oder kommt das mal nö what the fuck ich könnte eine beliebige taste drücken aber vielleicht kriegt man erfolg wenn es durchlaufen lässt what the fuck es ist schon nur drei fast vier minuten selbst war das karten selbstmörder samurai und geist rauskommt so das interessiert mir jetzt das durchsul durchlaufen zu lassen oh man aha okay okay jetzt kommen auch noch tödliche fische die geräusche von den charakter alter ja 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 ein raketenwerfer was ist das Das ergibt noch nicht mal Sinn. Oh mein fucking Gott, Alter. Oh Mann, warum baut man sowas ein? Natürlich könnte ich jetzt wegdrücken, aber... ...dann würde ich nicht erfahren, was passieren würde. In ein paar Minuten lassen wir es nur laufen. Alter, das... das ist wirklich... ...krank. Ey, nein. Das hätte man doch als Zusatzgame bringen können. Was sind denn das für Dinger, Alter? Irgendwelche Mutanten... ...knarren... ...Dinger... ...Gasbomben, natürlich. Warum auch nicht? Alter. Eine U-Bahn kommt natürlich auch. ...Gasbomben. 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 Nein, Alter. Hey, da kommt ein Geist raus. Der Geist kann natürlich auch bluten. Oh, komplett. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt komme ich schon Level 2. Jetzt gibt mir endlich einen Erfolg dafür, wenn es einen gibt. Jetzt kommt ein schwarzer Bildschirm. Jetzt will er mich testen, das Spiel. Hey, der Spieler sollte nicht drücken. Das ist doch wieder so ein Insider-Gick hier oder so. Guck mal auf der Uhr. Aber ich werde mal drücken, Leute, ne? Mal gucken. Was sollte das? Rulers oder Subjekte, wir sind alle Prisoner des Great Wheel. Der Geist ist die Fatsache von einem Kind. Freiheit, die größte Illusion. Das ist die Fatsache von einem Knie. Es gibt noch einige, die versuchen. Die, die verletzten die Welt, um es zu genießen. Aber ich werde ich dich zum Schluss schützen. Das, ich versuche dir, Frau. Wir sind die Ancienden. Wir können nicht prosperieren, aber wir werden prevail. Der 2 Millionen Dollar, Mann. Oh mein Gott. Wie ein Bambuswald. Cool. Hey, es hängt. Ich kann doch nicht mal was drücken. Okay, Leute. Das Spiel hat sie aufgehangen. Das ist doch wunderschön, oder? Was ist jetzt? Ich komme noch nicht mal dazu, das Spiel zu spielen. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich das erst so lange durchlaufen lassen. Vielleicht muss man ja Start drücken, oder irgendeinen Knopf. Spiel fortsetzen drücken wir jetzt. Was soll das? Das Spiel will mich doch verarschen. Diesmal kann ich gar nichts drücken. Ich kann nichts drücken. Diesmal will ich wegdrücken, und es geht nicht. Anciende kleine Zeugel. Oh mein Gott. Ich drücke alle Knöpfe. Es geht nicht. Also, jetzt komme ich mir wirklich verarscht vor. Es geht nicht. Ich kann noch nicht mal Start drücken. Oder? Geht's jetzt? Jetzt. Oh mein fucking Gott, Alter. Ja, weg. Weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es wieder stehen bleibt. Alter, da kriegt das Goldspiel schon mal ein Däumchen nach oben. Ich weiß ja nicht, ob das nur bei mir ist, oder ob das auch bei euch ist. Hey, nochmal. Was ist das eigentlich für ein Auto? Eine Corvette? Ich weiß es nicht. Ja, so ein... Könnte ein... Mustang sein? Oh, es geht weiter. Ich muss ihn heute Abend. Kein Problem, Sir. Der Mann wird 2 Millionen Euro für ein verdammter Zord verdammt. Wenn er nicht... Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wenn er nicht... Ich muss... ...zure den Touch. Verdammt nochmal. Was ist das für ein Spiel? Klar, ich fahr bei so einem Tempel einfach nur so hoch. Oh, die Bäume sind geil Kirschblütenbäume So, jetzt bin ich endlich da Jetzt kann ich laufen Oh, da läuft sogar ziemlich schnell Wir müssen mal ganz kurz eine Option Da sind keine Untertitel an Warum auch immer Sprache sollte eigentlich auf Deutsch sein Ist aber ausgegraut, was soll das? Machen wir mal Untertitel an Nachkampfwaffe ist auf Sirius Sam Vorschlaghammer Aha Laser Katana Wir lassen das mal auf Sirius Sam 3 War ein lustiges Spiel Oh, jetzt hat er es nicht übernommen Hey, ist das toll Oh, jetzt müsste es aber übernommen sein Oh, das ist ein Hase Guten Tag Okay, die kann man aber schon mit dem Kopf abschneiden oder so Oder Ich weiß es nicht Okay, ducken Wow, hat der eine Fresse, Alter Oh Mann Die Architektur ist auch immer geil Okay Sicht, Empfindlichkeit und so Ist in Ordnung So Oh, danke für das Geschenk So Was? Kaufe Ein Schwert Hä, der hat doch ein Schwert War ja What the fuck Was so hell ist Geh los Is this some kind of joke Mr. Mizayaki, I presume Who are you You can call me two million dollars Where is the Nobitsurakage? Don't insult me Who do you work for? Mickey Mouse Mickey Rourke Does it matter? This is business You have the sword I have the cash I was told that today I would meet the man behind all this And yet, here you are A walking threat Listen I'm a collector myself Moment two Two comic books But Same thing, right? This Is a generous offer I suggest you As I explain to the ones Who came before you The sword Is not for sale I'm leaving here With the Nobitsurakage I can pay for it With money Or I can pay for it With blood In that case To business Mr. Two million dollars My name is Lo Wang Oh, he has out of the shell I got out of the shell I got out of the shell So cool Um Aufgeladenen Hieb Okay What the fuck? What the fuck? You guys are pussies What the fuck? Also 3 gegen 1 Is unfair Oh, du hast Keinen Arben mehr Das ist Oh my god Ich hab die mit Mit nem Hammer Den Wie kann man? Oh What the fuck? Okay Ich glaub Und Oh Schade Oh What the fuck, alter Das ist doch krank Okay, das ist ein schneller Oh Tut mir leid Der ist jetzt kein Rechtshändler mehr Komm Wir probieren mal eine andere Waffe aus Das interessiert mir jetzt Mit Laser-Kartana Möchtig mal sehen Ähm Nehmen wir mal das Weichern Oh Das sieht geil aus Muss ich sagen What? What? Direkt durch die Stöhnen Oh my god Alter Hier, nimm mal das Guck mal Was? Durch den einfachen Wurfstern What the fuck? Na komm, wir machen Hackflash, komm Alles in Ordnung Alles Oh so Guck mal, hier Oh my god Guck Guck dir mich ohne an Hier, guck mal Ich hab ganz viele davon Ich glaub unendlich oder so Oder? Ich weiß es nicht Hä? Das Das ist So Krank Komm, wir hauen Erstmal alles kaputt Alles scheißegal Ich will nicht mehr Hier, alles Wo Wo muss ich eigentlich hin? Also Es hat ja Startprobleme Ja Bei mir Aber wenn ich das hier so sehe Es macht echt Bock Durchzuspielen Einfach nur Sinnloses Zerstörung Und Oh Es gibt sogar Midi-Packs Das hat man heutzutage Selten Was? Spoten Achso Okay Oh, tut mir leid Oh my god Er kann nicht mehr kämpfen Der auch nicht Er ist wieder bei Michael Jackson Oh my god Schade Alter Was war denn das für ein Move War das eigentlich mal ein Kinect-Spiel oder so? Das hätte sich da wirklich Angeboten Ich weiß es leider nicht Es ist echt Also von der Gewalterstellung Blut Heftig Ich habe dich jetzt Ach X drücken Was? Er lebt in Akkabari High Strings Four Roses Bourbon Neat Collecte Comic books And works for Orochisama? Zilla Zilla Ich war Angst Zilla Zilla Interpretiert Die innovativen Menschen Talent Das serve einem Pool-Master Es ist ein Baum mit roten Rücken Er steht großartig, bis er von der Spring-Breise besitzt wird. Bring ihn in. Geh es weg. Wo bin ich? Was hast du mit mir da hinten gemacht? Hör jetzt. Die Gründer sprechen. Hör ihn zurück, bitte. Wie gesagt, er ist unharmed. Ein Token von meiner Goodwill. Anobitsurakage. Wie viel? Warum möchtest du ihn so schwer? Hast du die anderen gefunden? Du hast keine Ahnung, was du dealst mit dir. Du bist ein starker Mensch, Angela. Aber sogar die starker müssen mit den Fakten leben. Die Schwung wird niemals sein. Ich würde es plain sagen. Wenn du diese Schwung nicht verletzt hast, die Schwung nicht verletzt hast. Es legt mich zu einem starken Gefahr. Was ist passiert? Nein, nein. Nein, ich brauche mehr Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Das ist zu schnell. Wir müssen jetzt weg. Jetzt. Drogen. Kapitel 1. Und immer noch kein Erfolg. A wie Arschloch. C wie Champion. Ja. Bambus Gefängnis. Bambus Gefängnis. Bambus Gefängnis. Ähm. Oh. 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 Was war das? Oh. Oh. Oh, strecke deine Arme aus. Oh Mann. Ich habe ein Schwert. Und plötzlich ist es ein Laserschwert. Wir gucken uns mal noch eins an. Wir sind zwar schon bei 25 Minuten. Oh mein Gott. Ein Stück mache ich noch. Das Spiel ist wirklich... Es reißt einen mit. Das würde mich interessieren. Was ist denn das? Sind wir hier bei Minecraft oder so? Oh mein fucking Gott. Ein Pixelschwert. Äh, ups. Wir hatten drei Stück. Also das wird das normale sein, denke ich mal. Probieren wir mal das aus. Oh. Nice. Okay. Huh. Bleiben sie auch drin? Oh ja. Oh, alles voller Blut. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, es hängt sie auf. Oh, was ist das? Was? Wie eine Seife in einer Gefängnisdusche? What the fuck? Dieses Spiel ist echt geil, muss ich sagen. Humor, Gewalt, alles... Oh mein Gott, man kann wirklich alles kaputt machen. Mein Gott, Alter. Einfach nur krank. Kann man auch hier irgendwas abschneiden? Nein, das geht es natürlich nicht. Oh. Was ist denn das für eine Knarre, bitte, Alter. Okay. Alles klar. Geld, ich habe Geld gefunden. Das ist schön. Was ist das? Oh, Mistyaki, you son of a bitch. I'm coming for that sword. Ey, das ist... Oh. Ob es da gar keine Geheimnisse gibt irgendwo? Oh, Geld. Was ist hier? Noch mehr, äh... Ne, Revolverkugeln. Sammelt er automatisch auf? Da war ich drin. Was? Was bist du? Jemand aus der Hölle. Oh mein fucking Gott. Der wurde komplett zerlegt, der Kunde. Hey, nochmal Geld gefunden. Das ist schön. Ich brauche ihn natürlich. Gibt es hier auch eine andere Sicht? Oh nee, was ist das? Aha. Mehr habe ich noch nicht. Okay. Das war... Da habe ich backgedrückt. Hey, ich habe den Fächer zerstört. Hä? Wo soll ich hin? Wie erst zerstören einfach mal alles. Das ist bestimmt in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wohin. Medipecks. Ach, hier lang. Oh. Was? Was zum Teufel ist hier los, Mann? Das ist so krank. Oh. Also was ist das zum Teufel? Oh. Haben die Angst vor Feuer? Oh. Oh mein Gott. Hey, komm, wir werfen einfach mal ein paar Wurfsterne, die Köpfe abtreten. Mein Gott. Der hat keine Arme und läuft erstmal Bluten weg, oder? Habt ihr hier im Dämonenland oder was? Komm, wir machen erstmal hier Schaschlik und Gulasch und so. Das geht natürlich nicht. Geht ja nicht alles. So, Leute, wir sind um der 30 Minuten. Es hat doch ein bisschen länger gedauert. Oh. Oh fucking Gott. Ich brenne. Ähm. Da ist ein Hase. Hase. Oh. Es geht sogar. Aber wo ist der Hase hin? Kann man auch irgendwelche Fische töten? Also. Dass es für den Hasen keinen Erfolg gab, wundert mich. Hätte ich erwartet. Das kann er natürlich nicht abschneiden, Bambus. Da ist ein Katana sinnlos. Und das hier explodiert bestimmt. Ja, natürlich. Was? Was? Tellerschmeißer? Achso. Okay, ich habe einen Erfolg. Äh, Tellerschmeißer oder irgend sowas. Der, ähm, Gegenstände zerstören. Irgendwie. Oh Gott, äh, oh mein Gott. Das, das war doch mal eine Frau, oder? Wie kann man sowas machen? Na egal, ähm. Samurai Warriors. Ähm. Mit Anfangsschwierigkeiten und... ...sehr, sehr große Gewaltdarstellung, finde ich. Also, das ist schon, äh, heftig. Finde ich. Für andere vielleicht nicht. Andere sind vielleicht abgestumpft. Die, die kennen das schon und das ist normal und, äh, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall mal angucken und Erfolge holen. Es ist... Es ist schon, äh, sehr cool. Und, ja, ähm, dann gucke ich mir noch, äh, das von der 360 an, nachher. Und, dann sehen wir uns Ende Februar nochmal. Für die nächsten Goldspiele. Die sind, glaube ich, nicht so, so gut. Ich glaube, äh, Xbox One hat Assassin's Creed irgendwie so ein komisches Spiel da noch. Und... 360 weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, äh, ja. Habt Spaß mit dem Ding. Holt Erfolge. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.